Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben, aber vor ein paar Minuten wurde ein klitzerkleiner Titel von Sony angekündigt. Nichts Besonderes, zwar freut sich eigentlich keiner drauf, es ist nur The Last of Us 2. Ja, fuck, es ist The Last of Us 2! Ich kann es nicht fassen, ist das geil oder was? Es ist ja wohl noch geiler als Red Hat Redemption 2. Oh mein Gott, sorry, aber... Oh mein Gott, ich kann die zwei Jahre echt nicht mehr warten, man. Ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so. Alles klar, das musste man eben raus. Oh ja, ja, geil!